Wenn Sie das Windows Performance Toolkit auf einem Rechner installiert haben, finden Sie auf diesem Rechner vor allem zwei wichtige Tools vor. Das eine Tool ist dafür zuständig, Leistungsdaten des Servers zu sammeln. Das andere Tool ist dafür zuständig, diese Daten auszulesen. Ich zeige Ihnen in diesem Video, wie Sie mit diesen beiden Tools arbeiten können. Dazu öffne ich einen Remote Desktop auf einem Server, auf dem ich das Windows Performance Toolkit installiert habe. Wenn Sie auf der Startseite bereits eine Verknüpfung der Tools vorgenommen haben, finden Sie die Tools Windows Performance Analyzer zum Analysieren der Leistungsdaten und das Windows Performance Recorder Tool, welches die Leistungsdaten aufnimmt. Nach der Installation des Windows Performance Toolkits finden Sie diese beiden Programme in der allen Apps Ansicht von Windows Server 2012 A2. Eine Analyse des Servers sieht im Grunde genommen immer gleich aus. Sie starten zunächst den Windows Performance Recorder, klicken hier auf Start, damit dieser die Aufgaben zur Leistungsmessung startet. Und ab diesem Moment werden jetzt auf dem Server Leistungsdaten gesammelt. Das ist natürlich dann vor allem interessant, wenn Sie die Messungen auf einem produktiven Server, zum Beispiel einem Exchange Server oder einem Datenbank Server durchführen. Und zwar idealerweise zu Zeiten, bei denen die Benutzer auch mit dem Server arbeiten. Sie haben hier unten noch Möglichkeiten, erweiterte Messungen durchzuführen. Das mache ich in diesem Video nicht. Ich zeige Ihnen in diesem Video zunächst nur einmal den Einstieg in den Windows Performance Recorder. Diesen starten Sie, starten die eigentliche Analyse. Der Server wird jetzt im Hintergrund bemessen. Sobald Sie über einen gewissen Zeitraum die Leistungsdaten gemessen haben, ich mache das hier zu Testzwingen jetzt mal nur eine Minute lang. Sie sehen die Zeit hier oben rechts. Klicke dann auf Save. Danach wird eine sogenannte ETL-Datei erstellt, standardmäßig hier in diesem Verzeichnis. Ich lasse dies jetzt auch hier in diesem Verzeichnis speichern. Sie können natürlich aber auch jedes andere Verzeichnis verwenden und natürlich auch einen Netzwerkpfad. Im unteren Bereich können Sie eine Beschreibung durchführen, also warum Sie diese Messung durchgeführt haben. Und anschließend wird mit Save die aktuell gespeicherten Daten in eine ETL-Datei gespeichert. Ich lasse jetzt das Verzeichnis öffnen. Sie sehen jetzt hier die Datei ETL. Wenn die Dateientungen bei Ihnen nicht angezeigt werden, können Sie in Windows Server 2012 R2 auf der Registerkarte Ansicht mit Ein-Ausblenden die Dateinamen-Erweiterung aktivieren. Das geht genauso bei Windows 8.1 und Windows 8. In Windows 7 und Windows Server 2008 R2 müssen Sie dazu die Datei- und Ordneroptionen aufrufen. Diese finden Sie jetzt auch hier in Windows Server 2012 R2 im Menüband. Im zweiten Schritt würden Sie jetzt diese ETL-Datei, also die Messdatei, im Windows Performance Analyzer öffnen. Ich zeige Ihnen auch diesen Vorgang. Ich schließe jetzt hier den Windows Performance Recorder, da ich die Aufnahmen beendet habe, öffne den Windows Performance Analyzer. Dieser öffnet sich zunächst, wie Sie hier sehen, mit einem leeren Fenster. Ich kann jetzt mit Öffnen eine ETL-Datei öffnen. Die ETL-Datei ist standardmäßig im Verzeichnis Dokumente auf dem Server gespeichert. Sie können aber jederzeit natürlich ein anderes Verzeichnis verwenden. Wenn ich jetzt eine solche Datei öffne, wird diese eingelesen. Anschließend öffnet sich im linken Bereich, ich maximiere jetzt mal das Fenster, eine Sammlung der Leistungsmessungen. Auf der rechten Seite finden Sie eine Analyse-Registerkarte. So beginnen Sie jetzt schon einmal, einen Server zu analysieren. Sie nehmen zunächst mit dem Windows Performance Recorder eine Zeit lang den Server auf und dessen Leistungsdaten. Danach öffnen Sie diese im Windows Performance Analyzer und versuchen, die Daten entsprechend zu analysieren und zu bewerten, was der Server denn gerade für Leistungsprobleme hat bzw. wo es Optimierungsbedarf gibt. Der Windows Performance Analyzer untergliedert die gemessenen Daten, wie Sie hier sehen, in verschiedenen Unterkategorien. Bei Computation finden Sie Daten der CPU. Hier finden Sie Daten zum Speicher, also auch den Festplatten. Und hier finden Sie Daten zum Arbeitsspeicher des Servers. Interessant ist hier die Mini-Ansicht, die Sie sehen. Mit dieser können Sie entscheiden, wo denn unter Umständen Leistungsprobleme auf dem Server vorliegen. Wenn jetzt zum Beispiel, wie hier in diesem Beispiel, bei Computation der CPU-Verbrauch ständig weit oben wäre, wäre es sicherlich sinnvoll zu überprüfen, warum denn der Server so viel CPU verbraucht. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Messung der Festplatten und für das Messen des Arbeitsspeichers. Das heißt, sobald Sie eine ETL-Datei geöffnet haben, sehen Sie schon mal auf einen Blick, wo liegen denn aktuell die Probleme des Servers und wo sollten Sie genauer analysieren. Lassen Sie uns in diesem Beispiel annehmen, dass Sie die CPU-Leistungsdaten genauer analysieren wollen. Neben der Möglichkeit, die verschiedenen Bereiche hier aus- und einzuklappen, können Sie diese entweder mit der Maustaste in den Analysebereich ziehen oder noch einfacher, Sie klicken mit der rechten Maustaste auf den Bereich, wie hier in diesem Beispiel jetzt bei CPU, und lassen diesen Bereich hier mit Add Graph to Analysis View direkt hier auf diese Analysekarte ziehen. Sie haben hier die Möglichkeit, weitere Analysekarten zu öffnen und hier weitere Messungen durchzuführen. Das wird allerdings schnell unübersichtlich. Sie sollten sich zunächst auf einen Bereich konzentrieren. Wenn also ein Server ein Leistungsproblem hat, lassen Sie ihn mit dem Windows Performance Recorder zunächst einmal messen. Danach öffnen Sie im Windows Performance Analyzer die Aufnahme, überprüfen, wo denn die Leistungsprobleme liegen und fügen diese über die rechte Maustaste hier dem Analysefenster hinzu. Sie sehen jetzt im oberen Bereich die Messdaten über den kompletten Zeitraum. Im unteren Bereich sehen Sie das gleiche aggregiert als Tabelle, also zusammengefasst, welcher Prozess im Laufe dieses Messzeitraums welche Leistungsdaten verursacht hat. Auch hier haben Sie natürlich die Möglichkeit, etwas detaillierter die Ansicht anzuzeigen. Das ist allerdings in den seltensten Fällen sinnvoll. Interessant ist hier lediglich zu überprüfen, über einen bestimmten Zeitraum, wie ist denn die CPU-Last. Wenn ich Spitzen habe, welcher Prozess hat diese verursacht? Und im unteren Bereich sehen Sie jetzt mehrere Informationen zu diesem Prozess. Für die einzelnen Prozesse haben Sie hier auch auf der rechten Seite eine Legende. Das heißt, Sie sehen hier auch die Farben dieser Prozesse, die auf der rechten Seite grafisch dargestellt werden. Und wenn Sie mit der Maustaste über einen solchen Prozess fahren, sehen Sie auch dessen Verlauf in diesem Grafikfenster. Sie haben auch hier auch die Möglichkeit, einzelne Prozesse aus der Überwachung auszublenden, indem Sie einfach mit der Maustaste auf die Legende klicken. Dann werden diese Prozesse hier an dieser Stelle nicht mehr angezeigt, sind aber im unteren Bereich noch zu sehen. Die Tabelle und die Grafik, die Sie im oberen Bereich haben, werden auch synchronisiert. Das heißt, wenn Sie jetzt in der Tabelle einen bestimmten Prozess markieren, wird in der oberen Grafik markiert, wann denn dieser Prozess CPU-Last verbraucht hat. Das heißt, Sie sehen hier auch auf einen Blick, wenn Sie jetzt zum Beispiel hier auf Eidel klicken, wann wurden hier auch leere Prozesse. Das heißt, wann befinden sich die CPUs im Leerlauf. Das ist hier über den ganzen Bereich der Fall gewesen, da die CPU auf diesem Server nicht überlastet war. Wenn ich jetzt den Prozess WPROI anzeigen will, sehen Sie hier, zu welchem Zeitraum dieser Prozess hier Lasten verursacht hat. Das heißt, Sie können nach der Messung auch relativ leicht über die Tabelle markieren, wann zu welchen Zeitpunkten innerhalb dieser Messung hier der Prozess die CPU entsprechend belastet hat. Der Windows Performance Analyzer kann aber auch hier noch detaillierter analysieren. Wenn Sie zum Beispiel, wie jetzt hier in diesem Bereich, etwas sehen, was den Server deutlich belastet hat, können Sie hier mit der Maustaste auch nur diesen Bereich markieren und dann eine Analyse genau dieses Bereiches durchführen. Sie sehen jetzt im unteren Bereich wurden die Prozesse markiert, die genau zu diesem Zeitraum hier den Server entsprechend belastet haben. Sie sehen hier wurde der Prozess SVC Host Exe, also ein Hilfsprozess von Windows, hauptsächlich verwendet. Dafür verschiedene DLL-Dateien und für Systemdienste notwendig ist, die keine eigenen Startdateien haben. Sie können also nicht nur einen kompletten Zeitraum analysieren, sondern innerhalb eines Zeitraums mit der Maustaste einen Bereich markieren und im unteren Bereich dann erkennen, welche der von Ihnen gemessenen Prozesse hat genau zu diesem Zeitpunkt die CPU-Last verursacht und mit welcher Gewichtung. Wenn Sie jetzt einen Bereich genauer herausgesucht haben, den Sie noch genauer analysieren wollen und haben diesen mit der Maus markiert, können Sie über die rechte Maustaste in diesen Bereich hineinzoomen, um sich den Verlauf zu diesem Zeitrahmen noch genauer anzeigen zu lassen. Auch hier haben Sie wieder im unteren Bereich die korrespondierenden Informationen der Prozesse dazu, die ebenfalls auch noch einmal aufgeklappt werden können. Sie können aber auch hier einfach über diesen Bereich schon recht schnell feststellen, welche Prozesse haben hier zu diesem von mir ausgesuchten Zeitraum die CPU-Last verursacht. Sie können also in diesen Messdaten sehr genau hier reinzoomen und können auf diese Weise sehr schnell feststellen, exakt zu welchen Zeitpunkten einzelne Prozesse Leistungseinbrüche des Servers verursacht haben. Aber an dieser Stelle hört die detaillierte Messung immer noch nicht auf, denn Sie können hereingezoomt auf die von Ihnen gewählte Zeit noch weiter filtern lassen, um zum Beispiel, ich nehme jetzt mal hier den SVC Host Exe, noch mehr zu filtern. Sie klicken dazu in der Tabelle den Prozess mit der rechten Maustaste an, wählen mit Filter to Selection und anschließend werden im Bereich hier oben alle anderen Messdaten ausgeblendet und Sie sehen jetzt nur noch den CPU-Verbrauch von SVC Host Exe zu den hier durchgeführten Messdaten in der Grafik und in der Tabelle. Es besteht aber zum Beispiel jetzt auch die Möglichkeit, dass zu dem Zeitpunkt, an dem Sie den Server gemessen haben, nicht nur Leistungsprobleme hier mit der CPU aufgetreten sind, sondern unter Umständen auch mit der Festplatte. Dann haben Sie jetzt hier an dieser Stelle die Möglichkeit, neben der Computation-Analyse auch den Storage-Bereich analysieren zu lassen. Ich füge diesen jetzt hier zu der Analyse hinzu und der Performance-Analyzer passt jetzt diese Analyse automatisch an die obere Analyse an. Das heißt, er zoomt jetzt direkt zu der von Ihnen gewählten Zeitspanne und zeigt im unteren Bereich jetzt nicht nur die CPU-Last an, sondern auch hier den Speicherbedarf. Das heißt, wenn Sie einen Zeitraum festgestellt haben, an dem der Server langsam ist und nicht mehr richtig funktioniert, können Sie zunächst überprüfen, was ist denn die Hauptursache. Danach können Sie weitere Ursachen einblenden und müssen nicht erst hier wie oben manuell in den Zeitraum hineinzoomen, sondern der Performance-Analyzer übernimmt diese Aufgabe automatisch und zeigt im unteren Bereich dann auch die entsprechenden Prozesse an, die zu diesem Zeitraum die CPU und den Speicher belastet haben. Der Prozess SVC Host Excel hat in diesem Beispiel zum einen die CPU belastet, zum anderen auch in Teilen die Festplatte, was Sie in den verschiedenen Grafiken im Windows Performance-Analyzer erkennen können. Und der Performance-Analyzer übernimmt automatisch die von Ihnen gewählte Auswahl für alle von Ihnen hinzugefügten Grafiken. Ich fasse noch einmal zusammen. Sie können mit dem Windows Performance-Analyzer zum einen zunächst eine Aufnahme des Servers zu einem bestimmten Zeitraum durchführen lassen. Danach öffnen Sie den Windows Performance-Analyzer mit der gespeicherten Datei, überprüfen, welche Bereiche des Servers die Leistungseinbrüche verursacht haben und können dann über die Kontextmenüs die Analyse zu Grafiken hinzufügen, analysieren, zoomen und können so exakt feststellen, warum der Server zu bestimmten Zeitpunkten ein Leistungsproblem hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017